Du bist jetzt echt lokalent. Du bist hier alleine wieder fitz, du bist auch komplett allein. Passt doch, aber ihr seid ja auch da. Du bist auch komplett allein, ja, aber ihr seid ja auch da. Naja. Oh, what the f... Wo ist er hin? Ich habe ihn dumm weggehaumt mit dem... What the fuck? Hä? Oh, Digga. Ich habe mich gerade erschrocken, obwohl ich ihn ins Auto habe einsteigt. What the fuck? Warum explodiert das, Junge? Hä, was ist hier gerade explodiert, Digga? Ich bin einfach ausgestiegen, guck nicht mehr hin. Nein, das Haus brennt, das Haus brennt. Ja, das brennt doch völlig über das Fiesen einfach. Oh, jetzt kriege ich dumm Damage, wenn ich nicht aus dem Haus komme. Warum explodiert hier auf einmal alles, man? Junge, alles brennt. Ja, fast verreckt, Digga. Hab ihn. Alter, ich hatte das links von dir, links von dir unten. Das ist unglaublich. Holy shit, bist du eins. Hab ihn. Ja, du bist insane. Guck dir mal die Gaten an, gegen die wir hier immer spielen. Okay, kurz Aim-Bot. Ich glaube nicht, dass ich den abschießen sollte. Ich glaube nicht, dass ich den abschießen sollte. Ich glaube nicht, dass ich den abschießen sollte. Ich hab dich gefühlt noch nie mit einer Mütze gesehen. Auch manchmal so, wenn ich so Fahrrad fahre oder so. Dann ist so übel kalt, dann nehm Scheiße. So in Ohren. Okay. Damit die dummen Wichser nicht sterben. Damit die... Was machst du mit so Angst, Digga? Hier ist ne Pizza. Oh. Snack ich mir rein, alleine. So. Hä? Ich bin satt, Bruder. Ich hab zwei Stücken gegessen. Bin ich Tim, oder was? Bin ich Tim, oder was? Du Wichser. Oh. Oh, der ist so low. Der hier... Der hier drin ist richtig low. Abbiegen. Krass. Junge. Oh Gott. Okay, das ist nicht persönlich. What? Ja. Digga, wie viel Munition, hä? Oh, der, die Kenta in der Ecke. Äh, Digga. Da die Däge. Das ist schon gut. Mein Gott, mach mal, Digga. Ganz unfaktischer Hase, Digga. Uff, Freak Sexty, du gibst ihm Freak Sexty. Haha, klippt das, klippt das. Machen wir Pitbull an. Okay, hier ein neuer Song von ihm. Das ist ein bisschen strikter, Digga. Alter, das war ein übelster Mad Waste gerade. Ey, der kommt hart, Digga, der kommt gefährlich. Junge, er wasstet mal nicht die Mads, Digga. Äh, er wasstet gerade die Mads, Digga. Äh, du, den Notenbroniger. Haha, great. Ey, sie singt Alien und der Typ hier hat den Alien-Skin, Finlay. Da läuft einer, ich hab mich ein bisschen angeheated, aber lass mich lügen, ey. Glaub ich mal. So, für 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich versteck ein Wort. Hast du einen gesnapet, oder? Ne, ich hab mal sein Auto getrocknet. Wo ist den, erwischt? Haha, naja, hab ihn nicht erwischt. Haha, erwischt. Ey, wer schießt da? Ey, ist da hinter dem Stehen? Ja komm, komm rein, komm rein, lauf, 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 lauf um dein Leben. Es ist das okay. Ich muss das sogar immer. Boah, boah. Ja, Granaten, du Arschloch. Du Sau, da. Warum treff ich keinen Shot? Oh, Embo disaktiviert wurde, meine lieben Freunde. Das machst du gut. Das machst du gut, das ist so geil. Voll in Saosra... Oh, mein Junge. Ja, ich guck grad noch Tic Tac. Tic Tac auf. Komm mit, komm mit, Leute. Ich sag dir was. Wo ist die Klappe, wo ist die Klappe? Wo ist die Klappe? Ich sag dir, ich sag dir einen Kerl. Er ist so geil. Was war denn, Bruder? Bruder, Bruder, Bruder. Den Jansen war da. Ja, gib mal an, auf Spotify lass mal diese YouTube. Hast du keinen Spot? Weniger Fragen ich denn mache, Bruder. Wie weißt du das? Ähm. So, Bruder, Zimmer, Digga. Digga, verpiss dich, Digga. Ich könnte dich da wiederholen, aber da... Ne, die starten gerade neu. Oh, ich push den. Ich guck mich so an. Ich muss nachlassen. Hey, hast du gerade ein Voice Crack? Ich muss nachlassen. Joken, ey, was war das? Ich muss nachlassen. Ich muss nachlassen. Ja, ich muss nachlassen. So, ich sehe den Kopf, Ich muss nachlassen. Phillip. Die 있는 Kopfsch corruption. Schwoiche. Also, es ist소� Stein. Ich mache Deus.